So, hallo, heute machen wir ein kleines Unboxing und zwar habe ich mir auf einer berühmten Steigerungsplattform etwas kleines gegönnt und zwar das Super Mini SFC. Vorher noch nie gehabt. Scheint eine Retro-Konsole zu sein, 621 verschiedene Spiele. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Funktioniert auf 110 und 220 Volt, wird wohl geliefert mit einem Controller, 621 vorinstallierte Spiele. Made natürlich in China, kam auch über den chinesischen Vertrieb, was hier ein bisschen auffällt ist, ich habe im Internet mal ein bisschen nachgegoogelt bei den anderen, die gibt es in drei verschiedenen Größen oder gab es die, gleich mal 380 Spiele, einmal mit 500, das ist die ja mit 621. Ja, der Rückkarton ist nicht mehr bedruckt mit den Spielen, was drauf sind, bei 621 Spielen natürlich schwer. Ich fand auch sonst nichts, was da vorinstalliert ist, das müssen wir mal irgendwann ausprobieren. Jetzt machen wir das Ganze auf. Dabei ist ein Zettel, ein User Manual. Ja, wie man das alles anzuschließen hat, was da alles dabei ist, wir werden sehen. Dann können wir das Ganze mal falsch machen, bringen wir es mal zur Seite. So, mit dabei ist eine kleine Konsole, die ja der eines berühmten Herstellers schon sehr ähnlich sieht. Was die Games betrifft, ja, die sind ja alle etwas älter, also um die 30 Jahre, weiß ich nicht, ob das rechtlich so eine Grauzone ist, wenn ihr euch das besorgt. Man kann ja in der Zwischenzeit immer Emulatoren, fast alle Games derzeit frei downloaden. Also habe ich da relativ wenig Bedenken, es ist ja jetzt nichts Aktuelles drauf, so das, was ich mal hier im YouTube und im Netz gesehen habe, mit dabei sind. So, das sind aber schöne Replikas. Uiuiui. Zeig es euch gleich. So, noch ein bisschen ablegen. Ich habe nur noch ein bisschen Kabelkaus. Ich muss das packen. Mit dabei sind zwei so kleine Controller. Erinnern gar nicht, nein, an einen sehr berühmten Hersteller, der diese Konsole mal vertrieben hat oder immer noch vertrieben hat, weiß ich nicht, wenn es aktuell gibt. Dann ist dabei ein HDMI-Kabel. Das Netzgerät. Ja, und das war's. Zur Qualität kann ich euch jetzt momentan nur eins sagen. Ich habe mal den Schalter probiert hier. An der Konsole. Und man hört es vielleicht. Die machen jetzt nicht den seriösen Eindruck. Also die sind schon unterirdisch schlecht. Kosten tut das Ding. Um die 30 Euro. Also man muss schon schauen. Ich habe sogar schon ein bisschen Angst, das Ding anzuschließen, ehrlich. Also ich probiere es mal. Mal sehen, was dabei rauskommt. Und dann können wir ja vielleicht mal eine Runde Retro Gaming machen. Ihr erreicht mich auf Twitch ab und an. Da kann ich euch leider keine festen Streaming-Seiten geben. Ansonsten werden wir schauen, dass wir ein bisschen Retro geben. Und wir werden euch verschiedene Spiele vorstellen, die ich vor 30, 35 Jahren mal gezockt habe. Ja, ansonsten gibt es zu der Konsole momentan nicht viel zu sagen. Wir werden sie ausprobieren. Es ist leider keine Anleitung dabei, was da jetzt an Spielen dran ist. Und müssen wir einfach mal schauen. Ich mache euch darüber dann ein extra Video und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Channel und euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Gutes Gaming, euer Biotopi. ... ...